Warum? Ich obarme jetzt die Leute. Ei, machen wir die Profis. Komm her! Komm her, Digga! Komm her! Ah! Komm her! Fuck you! Ich hab den ausgenockt! Nicht sehen. Wo denn? Zweites Fenster. Da. Ich hab ihn dreimal erwischt. Found oder so, ne? Ja. Hab ihn auch erwischt einmal? Mach mal! Hab ihn ausgenockt. Mach mal! Komm, wieder rushen wir jetzt. Sind sie sicher? Ja. Gut. Du bist wesentlich großartig. Ja, okay. Er hat gut gefressen. Jetzt musst du da rein. Wo ist der? Direkt oben hinter der Tür. Werf deine Granate. Er ist nicht hier vorne? Ne. Werf deine Granate doch einfach. Da sitzt er. Ja, wohl. Und der andere? Der ist auch noch down. Ja, gut. Du hast einen Kill. Ich hab einen Kill. Sehr gut. Ich glaub an dich, Marcel. Es tut mir wirklich leid, aber dafür sind sie jetzt tot. In den Marcel hier schwimmen. Wie er noch nie zuvor geschwimmt hat. Und Marcel in seinem natürlichen Habitat. Hm. Guck noch mal runter. Ja. Und dann nach rechts. Das ist links, du Spacko. Rechts. Rechts. Rechts! Das ist doch rechts! Ja, jetzt. Ich dachte, da steht einer. An der Küste, aber ist nicht. Ach du Scheiß, Alter. Die Zone kommt halt original zu mir, ne? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du bist hier safe erstmal. Ja, ich weiß noch, das leben noch 14 andere. Ich bin mega nervös. Das kenn ich. Warte, sie zahlen da dran? Weiß ich nicht, musst du hinschauen. Ne, ist ein Busch. Oder ist das ein Gidi-Suit-Busch? Ne, ist kein Gidi-Suit-Busch. Ne, ist das ein Busch. Drinnen? Was? Nix. Alter. Ich nutze deine Paranoia grad ein bisschen aus. Mit deinem Maul. Den Typen da. Ah! 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 Scheiße! Guck mal, da ist er wieder. Ja, ja, ja! Komm, der hier unten, muss den da oben killen. Das wär so geil! Und dann rotst du den anderen weg, oder was? Ich könnte ihn jetzt. Ne, wenn die im Wasser sehen... Der hat den, glaube ich! Der hat den da! Da unten, der unter dir, unter dir! Zwei Stück! Zwei Stück unter dir im Wasser! Links! Schießen kaputt! Schieß drauf! Jetzt den anderen auch noch! Ich glaub den... Du bist tot! Du bist tot! Bin ich tot, ich lebe! Setz dich in den nächsten Busch rein! Wooow! W抓 je! K vị! Das 아무비 da! K interesting wir mal. Hair Mutta! it tut nicht! Trenp wunderbar aber Idee! Keine ... Wenn du das wasете Beach entren solo ... Warum sind die Texturen so ver-matscht? Help! Help! Du bist da wo ich bin. Jesus was ist das? Boah die stießen Madness. Help! Ich glaube ich bin in dem PS2 Spiel. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist los hier? Nein! Du bist nicht bei mir. Du bist in der Mauer. Doch! Ich komme hier nicht mehr raus. Doch jetzt komme ich wieder raus. Aber ich kann nicht... Das müsstest du lieber angucken. Jesus! Jesus! Aber langsam... Aber langsam müssen die Texturen doch gelachten sein. Nein! Das tun sie nicht! Wo versteckst du dich, kleine Rammer? Ah! Der Pupp-Pupp! Stab-Shooting hat mich! Ich komme! Versteck dich! Häpp! 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 Weiß ich nicht! Wahrscheinlich in irgendeiner der Matschhäuser drin. Nein! 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 Komm mal raus! Wo denn? Direkt hier! Südlich auf dem Berg! Hä? Da! Da, 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 da... Da! Da steht er doch! Wo? Südlich! Fuck you! Den meine ich aber nicht. Der war hier hinten auf dem Berg. Den? Wo denn? Hinter der Mauer links. Da! Töte mich! Tu es! Hab dich doch, mein Kleiner. Nicht bewegen. Papa ist da. Ich dachte, jetzt könnte ich endlich sterben. Ja, brauche ich eine Munition, brauche ich selber. Hier ist der Spieler, hier ist der Spieler, hier ist der Spieler. Direkt hier vorm Haus. Der kommt jetzt mal hier unten rein. Ah, hinter uns! Ernsthaft? Dein wird besser, ne? Das ist mein Stein, fick dich. Ja, ist egal, wir machen Scheren-Taktik. M'lady. Wie die Lesben. Ah, das war's nicht, du! Ich dachte, du bist zu mir. Are you sure about that? No, 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 no! No! Und die Aufnahme war halt nicht trotzdem. Die war hinter uns. Die war hinter uns! Ich hatte den ganz kleinen Rest mal wieder da. Da! Links! Pass! Ohohoho! Fuck! Der hat mich umgefahren. Mensch! Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Der hat mich kommen sehen. Der hat mich umgefahren. Der hat mich umgefahren. Der hat mich umgefahren. Hahahaha! Hahahaha! Okay, die Aufnahme läuft, ne Jungs? Also haut alles raus, was ihr raushauen könnt! Bis morgen zu meiner Alten. Wie das gefallen ist. Alter, ich kann den Nackt mal aussehen. Fandt ihr das an? Was war das? Ja, Leute, was da passiert ist. Du musst immer noch weiter Richtung C. Ja, C und M. Ja, geh doch mal. C und M, was ist denn C und M? Korinat auf der Karte. Und C und M ist C und M mittlerweile. Ich stehe mir auf S und M. Dann hätte ich so... Worauf habe ich mich denn noch eingelassen? Ich will deinen Penis nicht sehen. Du kannst jetzt gleich über WhatsApp haben, Alter. Nein, bitte nicht. Ach, komm, Marc. Ich will dieses komische, undeutsche, kanadische Würstchen nicht haben. Undeutsche, kanadische Würstchen? Ja, sieh, sieh hast du mein Kanadisches Würstchen, du Hurensohn, Alter. Du hast mir echt ein Bild jetzt gerade geschickt. Ja, habe ich. Soll ich das jetzt aufmachen? Ja, das wolltest du. Alter, wenn es jetzt echt ein Dick ist, ne? Das, das, das füge ich jetzt ein im Video. Ich trau mich noch nicht. Okay, füge ich mit ein. Sehr gut. Original, ich war in Kanada, so wie kanadische Würstchen ist. Fuck, warum ist dein Auto? Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Patsch. Da endlich gehört auch nicht. Wow, wow, Endzone für 9 und 5, wie fast gut. Komm, Gibi. Jetzt immer noch einer auf Rambo. Do it. Boah, ich brauche ewig an... Do it. Do it. Do it. Hab ja Hügelung, ne? Nicht, nicht die Häuser. Ja, der Hügel war das. Aaaaaah! Ja, Hügel und du reißt genau so lange, das zieht von Hügel aus. Geh in die Häuser, geh in die Häuser, geh in die Häuser, geh in die Häuser, geh in die Häuser. Okay, warte, da oben bin ich ja. Ja, Pannbaum. Ja. Heil dich, heil dich. Nein, das brauche ich nicht, auch nicht. Beam. Oh. Nice. Wieso leg ich denn sich hin? Bei der Dummes. Bei der Dummes, genau. Ja, dann machst du es. Nein. Oder Marker. Das ist einer. Oh, man muss gut. Jesus. Jetzt fickt die anderen auch noch. Ja. Ja. Ist alles gut, du hast nur noch 35 Spieler von dir, ist alles gut, beruhig dich. Geh in den Zaun und mach sie, mach sie. Aber mach sie stolz. Ja. Jesus. Ja, das ist doch wohl ein schlechter Witz. Wow. Ja, warte, 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 warte. Vielleicht kommt sein Meter noch hingelaufen. Willst du nicht nachlaufen, dann ist die ganze andere Moli weg. Michi ist halt schon überall ein krasser Malabverkader gewesen. Aber der trinkt ja auch nicht. Ah. Da hättest du nicht mehr dürfen. Das war, das war schlecht. Er gönnt sich auch weiter den heißen Shit, ne. Und ich muss hier mit meiner Bratpfanne rumeiern. Und das hab ich schon mal in der Ska. Wo er mir das Magazin geklaut hat. Halt, das ist sein Ernst. Hier ist ein Spieler, der draußen ist. Fuck off. Der kommt jetzt hoch, der kommt hoch. Ja, danke, dass du mir die Mühe zugeklaut hast, ne. Sorry. Scheiße. Ich sprich aus dem Fenster, hol die beiden Leichen, der kommt jetzt hoch zu dir. Na ja, komm. Gibst du mir da Bratpfanne ein? Ich wollte doch nicht die Munition in dem Moment klauen, wo ein anderer Spieler uns hinterher rennt. Scheiße. Wie wollte ich sie doch wiedergeben? Gleich soll ich es dir geben. Oh. Alter. Danke, dass du mir die Mühe zugeklaut hast, ne. Entschuldigung, das wollte ich ihn so nicht. Fuck it right in the pussy. Fuck it right in the pussy. Vielen Dank.